Am Samstag hat der Tanzclub Pratteler zu seinem traditionellen Ball in das Cuspo eingeladen. Allerdings war das ein ganz besonderer Anlass, wie das gestern der Präsident Hans-Ruedi Schleppi folgendermassen gesagt hat. Der Pratteler Ball, der heute Abend im Kultur- und Sportzentrum in Pratteler stattfindet, führen wir seit der Gründung des Pratteler Tanzclubs im Jahr 1992 regelmässig durch. Das heisst, wir geniessen heute ein doppeltes Jubiläum, nämlich unseren Jubiläumsball und auch 20 Jahre Pratteler Tanzclub. Unsere Markenzeichen sind das Orchester Charlie Fuchs, das uns immer vielseitige und gute Tanzmusik spielt, tolle Show-Einlagen und eine grosse Tanzfläche. Ganz klar für die 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist bei diesem Anlass das Tanzen im Vordergrund gestanden. Für besondere Höhepunkte haben drei Schaublocks gesorgt. Ein Anfang haben Katrin Bettge und Dieter Stohler gemacht, mit Standarddance. Für unsere Auswahl haben wir den Wiedervalzer gewählt. 2lagen 3 4 10 16 8 Musik Da sind wir im zweiten Schaubock Let's do boogie mit Sonja und Francesco Applaus 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 Untertitelung. BR 2018 Lukas Burtanik und Katharina Eskova sind in 8 Stunden der Slowakei nach Bratolen gefahren. Ihre Spezialität? Schautanzen. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Applaus 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 Applaus